da erliebe was steht jetzt der hesse und dem sonnig was auch die kreise heute wieder nicht wo sie sich in ein hart wurde in der städte oder auch abschließt bestätigt nach dem gestern was sagt er nicht möchte auf Melder und bei den Bailutsch-Saint-Titon in Pakistan probieren wir heute mal was nicht neues aus sondern wir spielen entweder immer noch die Sniper und versuchen zu Bringscopen oder zu Harzlopen was wir einfach am besten können meiner Meinung nach Hardcore Team Deathmatch und unsere Sache ist unser Werk Ordnung den hab ich noch darüber gehört in Wurz 17 ja genau den habe ich gemeint weiß ich schon mal zum Wisswut der ist Junge feindliche Drohnen herzig so und Harzlopen der versucht jetzt nicht da kann der Nate Prozent 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 da lief es so wie die mehr so sie hat auch die Mordenthalter 2 Prozent sind wechseln die Schilder Elf hat sie um jetzt ein mein nächstes ja drohne näher und zwar die die drohne erwartet befehle drohne nähert sich 200 Schuss ist ja ganz fast wieder versieble wir sind in front den noch nicht geholt ja ne es läuft so Mami wo ist er hin die 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 her holl 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 um e wir wir haben ja schon Wichser nix kannst du da noch locker Digga okay da hab ich jetzt mit dem Achtung feindliche Drohne nähert sich ja das ist ja Wayne da haben wir halt kein Geist das ist doch nicht so gut ah guck da mit dem Vollmantelgeschoss da ruppen die einfach alles weg ah Noob Noobi Noob K Elbe ist ja wie die wie bekanntlich meine allergrößte Stärke damit der LMG den dann immer bisschen braucht aber naja da machst du halt nix ne Augen zu und durch So jetzt hier warten ja ja so wird das Gewege so und nicht anders so und nicht anders aber wo wirst du denn da denn naja egal nicht in Frage stellen Drohne steht bereit dann halten wir jetzt auch wesentlich lieber verbündete Drohne nähert sich so jetzt hier von hinten ran skippen Aaaaah jajaja auch auch das 17 kannst du doch nicht sagen das wird belohnt werden solide leistung der lmd abgeliefert klasse leistung der mp was willst du interessanten einfluss der einen tötet neuer magst du zwei Blut und sich ein Zornabschluss zwei volltreffer wieso ich jetzt ein Doppelabschluss und vierfach Abschluss aber kein dreifach Abschluss sei einfach mal jetzt dahingestellt wollen wir jetzt auch gar nicht Lobby besten Liste da ist der hessler Platz drei darfst du ihn noch gerne aber wenn man so schön ist wie ich ne da muss man in eine neue Lobby sonst kommt man wieder in die gleiche so wie jetzt gerade eben zehn Abschluss mit der MK ja läuft läuft oder wir spielen mal wieder ne Runde Abschluss bestätigt können wir eigentlich auch mal machen vielleicht droppen wir in dem Spiel nur wieder einfach mehr als in dem anderen auf jeden Fall eigentlich wie schon gesagt nicht so jetzt meine aller aller geistet ist entschuldige mich übrigens noch mal dass man meine Stimme in fast jedem Video was ich alleine spiele nur auf der linken Seite glaube ich was hört ich weiß leider nicht woran es liegt ich versuche es jetzt demnächst mal herauszufinden Abschluss bestätigt aber ich kann leider nur nicht sagen woran es liegt ich hoffe dass sich das Mikro das Mikro geändert hat wie gesagt ich weiß es nicht ich hoffe dass es ja blablab was es sich geändert hat versprechen kann ich nichts aber hoffen wir mal einfach das Beste mal wieder zu früh gefahren Abschluss verbirrt da habe ich schon einen rum auf der anderen Seite ich will den mit der jetzt mal wieder zu früh gefahren ich will den mit der jetzt hallo oh ja ah ja wieso wieso nicht probieren wir es doch mal ne Runde einfach mit der Schotze kann ja kann ja nicht schaden was wird denn so passiert Abschluss verwehrt klar sterben aber sonst schlimmer kann es jetzt nicht kommen Abschluss bestätigt ach komm Spurensohn ey Spawnflip Dreckige ach komm der war Schiri der war drauf ah da oben kämpfte die Lotte ok ja ja ne also no ey ich bin wieder so brain-arzt klar Achtung feindlicher Blitzfleischung das Zerrebro Abschluss verwehrt Abschluss bestätigt wenn der Boss im Quickscope wiederkommt da kannst du leider einfach nix machen Drohne steht bereit Abschluss bestätigt So wo müssen wir denn jetzt lang Drohne nähert sich Feinde haben die Drohne zerstören schon wieder von der hinten Spawnflip Massaker Hä Hä Wie hat der denn das jetzt gemacht Das kann doch nicht angehen sowas Schluck So die Macke versuchte sich jetzt 100% zurück zu Gott Klar muss ich den Drohne nähert sich mit dem C-Moment rauszoomen Wo ist er Hol ihn die Macke Achtung feindlicher Tarmherd Aaaaah Hab ich den Scope ansetzen Scheiße Du hast keine Chance Was ist er gesetzt Du bringst dich Aiaiaiaiaiaia Verdam Verdammte 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 Ah... BAM! Hä? Claimor, hallo? Tiri, der checket! Ich hab meine Claimor aus dem Gefecht gesetzt, ohne dass er's durfte. Hallo? Nö, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich beleidigt. Ja, der hätte ja... Fass... Du bist der, der wüsste kann... Der ist schon selber am fördeln, aber den drücken wir auch nicht mal noch einen rein. Oh, ja. Hm, die Essebärme zu super, die du, der alte, du. Immer gut... Zum provozieren. Nee, komm, wir spielen... Ja, 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 das ist das. Wir probieren einfach nochmal die LSAT. Äh, die... MK 48, meine ich. Wir spielen nicht mit der LSAT. Oh, schöner, okay. Musi... Ah, da oben, okay. Okay, okay, okay. Erstmal Naserei, mal Popschutz, ist immer gut. Da, die so die Ellen... Äh... Ich will immer die, äh... Ja, komm, nee. Über LSAT sagen, hab ich das Bedürfnis, aber naja. Verbündete Drohnen nähert sich. Schau, V-Turn Attitude. Ich wusste, dass es ja gut ist, obwohl der in der... Besten ist nicht so weit umstand. Ich wusste es einfach. Ja. Aber ich hab wohl in dem Auswahlbild schon mal einfach mal dicks auf ziehen und schießen gedrückt. Das war ne gute Idee. Hunter Killer Drohne eingesetzt. Abschuss bestätigt. Da war ich eigentlich voll drauf und hab voll abgezogen, aber nö, nö. So, da oben sitzt keiner. Na, da kommt gleich einer. Den hab ich geholt. Komm, geil die Macke, geil die Macke, geil die Macke, geil die Macke, geil die Macke. Hä? Der hat ja wohl mindestens ich geholt. Sowas darf nicht passieren. Was? Der Heckmarker mit der Bundeswehr! Was zum F*** kommt Ihnen hier an, ist der Südmarker? Drohne nähert sich. Ah, er spielt mit Techniker. Wetten? Ach, Deutscher, Alter. Ich kling mich über Deutscher auf. Naja, als Deutscher immer gut. Ja, komm, der Killstopper müsste sein. Herr Himmert ist sicherlich auch mal das HH, wobei ich dann noch ein bisschen mehr hatte. Ach ja. Ach, ja. Ach, schuldigung! Schildstum, ducktig. Voll Idiot. Hohlensohn. Alles. Weil es ist ja eh egal, weil wenn ich hier wieder mal eine Klingel muss, dann kommt der wieder angeratte Techniker. Und wenn du die Klingel einfach spielverzügerest. Ach so! Oh ja! Schiri, ich bin da! Ich bitte dich! Oh, ich muss jetzt mal langsam hier aufholen. Und wie was hat der M27? Komm, da müssen noch ein bisschen was gehen. Der B23R noch ein bisschen hinterher. Ja, gut, bei dem war ich jetzt meiner Meinung nach drauf. Und wir haben den Vorteil verloren. Die Meinung vom Spiel. Das fehlt natürlich mit mir. Hä? Wo ist denn die Lage hin? Wie schlimm ist das? Du verarschst mich! Ich verarsch mich auf die arbelste Art und Weise. Ja, da hat man wieder das Team gesehen. Des Bosses natürlich. Was sonst? Ja, 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 ja. Ich bin doch wieder bei Team... Öffentlich bleiben sollen wir gehen. Das ist mal nur Souverän. Souverän. Ja, nein. Wenn du das so siehst, Game, dass der kill mir nicht gehört hat. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. 1723. Sechs Kills und alles ist hier normal. Verbündete Vorräte unterwegs. Ist die Krise jetzt irgendwie feindlich aus? Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar vorbleiben. Abschuss bestellt sich. Hau! 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 Ents. Komm schon, Renner wie immer. Aber welcher Röder. Lass dir kein St savage! ins Kreuzfeuer genommen, Alter, natürlich, natürlich. Von links und rechts einfach beide Rappen auf den Tag. Nun auf den Typen, der da hinten sitzt, habe ich jetzt nicht so einen Bock mehr. So, ganz gespart. Drohne erwartet Befehle. Abschuss bestätigt. Da war ich ja gerade schon. Die feindliche Drohne nähert sich. Die feindliche Drohne nähert sich. Einfach nur Facepalm. Einfach nur Facepalm. Dass da jetzt schon wieder mit meinem Kopf abging. Abschuss bestätigt. Die feindliche Drohne nähert sich. Ah, jetzt ist es ja eh schon so schlecht. Ich will ja nicht so viel sein, hey! Na ja, mei, was machst du denn jetzt? Ihre Arroganz hat uns überwältigt. Leider trotzdem. Solider Leistungen. Aber ich schmeiße das zu viel! Naja, was willst du tun? Ne, was willst du? Ne, was willst du? So, dann. Danke mal, wie immer für's. 10 Sekunden oder 8 Sekunden, dann ruhig. Das geht natürlich gar nicht. Danke viel mal für's Zuschauen und bis dann mein nächstes Mal. Auf Wiedersehen.